Mit Vollgas über den Magma-Fahrt heißt unser nächstes Level hier bei Captain Todd's Treasure Tracker. Und ja, oh scheiße, ihr müsst es mir nicht übernehmen, aber ich hab hier schon die Sterne, die Dinger. Aber ich spiel die Level jetzt nochmal, weil ich habe vorhin eine Stunde aufgenommen und gemerkt, scheiße, du hast vergessen auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Und ja, leider ist mir dann nicht so ein Malheur passiert, dass ich das halt nicht geschafft hab. Ja gut, wir spielen diese Sachen hier nochmal. Macht mir ja Spaß, ist ja cool und ich hoffe, es stört es euch nicht. So, wir pusten. Pust, oh gut, oh gut, oh gut, oh gut, oh gut, oh gut, oh gut. Ich geh mal hier durch, das ist nicht so ganz einfach, aber immerhin hoffe ich mal, dass wir das schaffen hier. Uiuiuiui. Und der erste, den kann man hier begutachten, unser Malheur hier. Ich sammle das natürlich so, als wenn, als wenn es hier mein erster One wäre. Aber ja, ich gucke mal, das ist nicht so ganz einfach. Hier den, oh, puh, pust. So, danke schön, danke schön. So, was mach ich denn jetzt? Oh, guck mal, hier kann man das dritte sammeln. Was hat denn hier? Ein ab, sehr schön. Und puh, oh, oh, oh. Mann. Das hat nicht gepustet, ey. Scheiß Mikrofon, du. Pust. Mann, 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 Mann. Das hat nicht gepustet. Und die ersten zwei haben wir ja schon. Deswegen gehen wir jetzt hier mal flott weiter. Uiuiuiui. Und. Oh Gott, oh Gott. Weiter, weiter. Und. Hier können wir. Na gut. Das haben wir auch schon, deswegen. Gehen wir hier jetzt mal ganz flott weiter. Und jetzt hier mal schnell abbiegen. Und dahin. Oh. Wir warten nochmal kurz. Pust, puh, 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 puh. Ich rede hier ins Mikrofon ran. Damit so eine Puste bleibt und. Oh Gott. Ja, tut mir leid. Aber wir haben ja den jetzt auch eingesammelt. Also, puh, 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 puh. Wir ja nur zu Ende laufen hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist scheiße hier. Echt schlimm. Geradeaus, geradeaus, du ich. Immer weiter geradeaus. Das ist das. Oh. Ein bisschen schwer eigentlich dieses Level, aber manchmal muss man auch schwere Level schaffen. So. Zack, zack. Und zack. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. War das gerade für mich so ein bisschen... Oh, das war schwer. Und ins Ziel gerannt. Level beendet. Huh, das ging ja flott. So, das Level geschafft. Level 27, der Untergang der Eisenfestung. 200 Münzen haben wir da nicht gesammelt, aber ja, ich muss dieses Level leider nochmal spielen. Ich hab vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Wie dumm bin ich, ey? Das ist ein Scheiß, ey. Hätte ich das mal nicht vergessen. So, wir... Oh Gott, ja, das... in dem Level hier versinkt jetzt alles. Nicht so toll. Aber kann man auch nicht verhindern. Guck mal, da ist das erste Teil. Hier würde ich hier... Mein erster... Dingens, den ich hier imaginär wieder neu einsammle. Dankeschön. Weil sonst hab ich das ja immer so gemacht, dass ich neu starte mit dem Spiel. Aber kurz vor Ende... Äh, ich fang nochmal neu an. Ist jetzt auch ein bisschen scheiße. Deswegen hab ich mich dazu entschlossen, das jetzt nicht nochmal neu anzufangen und alles zu löschen. Weil du kannst diese Daten von Todd... Kannst du nicht, äh... Du kannst nicht sagen, okay, ich lösche jetzt ein Level oder so. Oder... Reset hier jetzt einfach. Sondern du musst das ganze Spiel neu starten. So. Ah! Alter. Gamepad. Macht nicht einen Fehler hier. So hoch. Und... Und da. Nö, nö. Das zweite haben wir gesammelt. Und... Äh, es geht weiter hier. Oh Gott, oh Gott. Ih, bösen Schürtelchen. Geht mal weg. Wir gehen mal da hoch. Hui. Hab ich... Nee. Hab ich den dritten schon... Oh, der dritte. Nein, ich hab den dritten nicht gesammelt. Ich hab den dritten nicht gesammelt. Der war... Der war nämlich hier. Glaub ich. Uh, gut, oh gut. Ja, hier war der dritte. Da muss ich mich jetzt beeilen. Sonst versinke ich. Aber guck mal. Ich lieg gut in der Zeit. Sonst wär das hier alles schon unter der Lava. Und... Ich darf ins Ziel einlaufen. Level beendet. Super. Toll. Und wir wurden wieder einmal von unserem tollen Freund, diesem lieben Vogel entführt. Der kostbarste Schatz von allen. Vingos großes Finale ist Level 28. 30. M guar...